Wir sind immer noch auf dem Heimweg und es geht weiter hier bei VRising. Hallo zusammen, mein Name ist SitzFuchs und mit Hannibal geht es weiter bei VRising. Hallo! Hallo, aber hier ist ein Mojito. Äh, oh sorry. Stimmt. Stimmt. Sorry. Oh, mit Mojito geht es natürlich weiter. Ich habe aber auch eine Zeit lang bei Hannibal Immer Higgins gesagt, ne? Über dem ich so lange zusammengespielt habe, das bügelt sich irgendwann ein. Und dann auch mal Hero Jäger, weil H, fangen alle mit H an, weißt du? Du bist der Einzige, der aus der Reihe tanzt, das geht so nicht. Dann nenne ich doch Hojito. Oder Jose. Hojito. 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 Ne, so ist schneller. So ist schneller. So ist schneller. Vor unserer Tür stehen sie rum. Habt ihr wenigstens Papier dabei, ihr Idioten. Oh, das Pferd noch. Natürlich. Muss er gucken. Läuft die Aufnahme auch wirklich? Wenn ich das erste Mal. So, was haben wir denn hier? Glas erstmal zum Schmelzen. Okay. Okay. Oh, ich baue mal den Juweliertisch. Der ist dann natürlich an der Stelle erstmal... Da wird er nicht bleiben. Außer denen. Den der Schmiede. Das ist doch, dass er mal steht. Wenn wir später Platz haben, können wir ihn woanders hinstellen. Ah, da können wir auch die Lootkette machen. Ich sehe es gerade, okay. Welche Lootkette? Die Lootkette. Ach so. Mach's hier an. Können wir sogar machen. Den Geiselanhänger. Welche? Zauberspruchkraft. Kritische Zauberspruch. Trefferchance. Na gut. Ja, wenn, dann machen wir aber den Amethistenanhänger, ne? Den haben wir aber nicht. Aber dafür bräuchte man erstmal den Geiselanhänger. Den Geiselanhänger könnten wir aber machen. Für jeden. Welchen Amethistenanhänger? Den krieg ich gar nicht an. Den da. Aber für den brauchst du den Geiselanhänger. Ja, aber dann verlieren wir die minus 10 Abhängzeiten, die plus 10 Sonnenwiderstand. Ja, ja. Genau. Also im Moment ist eigentlich nichts besseres drin. Die neblige Halskette ist doch ganz nett. Da brauchen wir mehr Nebelsteine. Haben wir zu wenige? Ja, die 15 Abklingzeit. Ach, und die Geiselsteine natürlich. Ja, vergiss es. Oh. So. Das haben wir noch. Ja, das. Die Kugel können wir erst in das nächste Ding reinbauen. Das haben wir noch nicht. So, hab ich noch was zum Schmelzen hier? Ich glaub nicht. Ich guck mir immer alles schön an. Ich glaub nicht. Dann renne ich in den nächsten Raum. Ach, da ist ja noch was. Ja, ich weiß was. Das ist richtig ätzend. Das frisst so viel Zeit. Das frisst so viel Zeit. Ich pack zum Papier, pack ich die... Warte mal. Das geht glaub ich nicht. Ne, da brauchen wir das neue Forschungsding. Das haben wir noch nicht. Ja, genau. Ja, genau. Hast du schon was anderes bekommen? Naja, so ne Kugel. Was ist denn? Fehlt uns noch der Tisch dazu. Welcher Tisch denn? Den haben wir noch nicht. Weiß ich wie der heißt. Was macht das? Du meinst das Amtheum. Wie auch immer. Verwende das Amtheum, um neue Technologien und Gegenstände zu entdecken. Boah. Der kostet 40 Schriftrollen, 12 Geißelsteine und 8 verstärkte Bretter. Die Geißelsteine wären eigentlich momentan nur das Problem. Aber warte mal, Geißelsteine könnten wir doch schon irgendwie herstellen über ein Rezept, oder? Das glaub ich nicht. Doch, doch. So, es ist Zeit für die Lotterie, aber für die mittlere. Bli, bi, bi, bi. Und? Ein Trank. Komm raus, Gegenstand. Der Cowboytrank. Ich lach mich tot. Wegen Geschwindigkeit erhöht. Das ist aber, ähm... Naja. Ja, 15% ist schon ne Menge. Sei ehrlich. Aber ich bin ja kein Cowboy, also... Wenn ich Cowboy spielen will, dann spiele ich Handschauda. Aber hier, Geißelsteine sind relativ einfach herzustellen. Die kosten 3 Glas, 3 Grobstaub und 1 Schleichstein. Dann haben wir einen Geißelstein, ne? Ah. Die sind relativ einfach herzustellen. Jo, klingt jetzt nicht so schwierig. Und was konnten wir dann nochmal, wenn wir das machen? Naja, dieses... Dieses Schmuckstück halt. Aber 15% weniger abklingen, aber das fände ich schon ganz geil. Warte, ne, ne, es war da noch was anderes, wofür die brauchen... Ach hier, für das Amtheon. Ja, klar. Klar, das war's noch... Razzil der Hirte, Stufe 60. Oh, da kriegen wir aber... Da kriegen wir was Schönes. Schönes. Das erste, äh... Pinke von der Wertung her. Grün, Blau, Pink. Ach so. Hm. Äh, und zwar, das beschädigte Artefakt 22,9 Zauberspruchkraft, aber keine Attribute sonst. Aber Rüstungswert 21, ne? Tja. Natürlich, äh... Natürlich nicht. In Amboss. Also einerseits hätte ich grundsätzlich schon Bock auf PvP in so einem Spiel, aber wenn du siehst, wie du dich halt verbesserst... Ja, aber wir haben irgendwas verpasst, ne? So. Weil wir kriegen hier beim Frostmart der Bergterror bekommen wir das schriftrollende Rezept, ne? Und weiter? Hier bekommen wir von der Meredith die helle Bogenschützin das Rezept für den Wollfaden. Und weiter? Hier bekommen wir... Äh, aber wir haben... Wo haben wir denn das Rezept für Papier? Das weiß ich nicht. Das hab ich noch nie in den... Vielleicht ist das auch... In... 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 Stimmt bei Technologien. Dass man es freischalten muss. Ja, bei Waffen kannst du Verbrauchsgegenstände allerhöchsten, aber da sind doch eher Tränke, oder? Ja. Ja, dann vielleicht erst beim Amt herern, sobald du dann die Rezept... Aber du brauchst ja auch kein Papier mehr. Ja, aber die Schriftrollen, die Schriftrollen brauchen wir bestimmt Papier. Aber die Schriftrollen... Die Schriftrollen kannst du herstellen, oder was? Ja, da kriegst du ein Rezept für. Okay. So, aber ich denke mal... Es kann... Was... Das ist doch immer erst so... Du musst erst... Du musst erst das... Du bekommst erst das Höhere und dann bekommst du das Niedrigere, einfacher für das Höhere herzustellen. Ja. Bestimmt, wenn wir die Schriftrolle freigeschaltet haben, können wir dann in diesem Schriftrollen Forschungsstil... Welchen Level hat die denn? Kriegen wir die schon um? Meredet, das ist doch die in der Eisenmine, die Bogenschützin da. Locker kriegen wir die oben. Welchen Level hat die? Ich prüfe einen Moment. Weil wir könnten immer wieder Eisen gebrauchen. Das könnten wir. Ja, 52 wie gesagt. Vollfaden. Kriegen wir dann als Rezept und irgendeine Kraft. Ja, und wenn wir Eisen brauchen, können wir da ja reingehen, ne? Würde sich... Würde sich... Ich hab sogar noch ein 40er... 40er Blut von einem Arbeiter. Also das würde sich für mich jetzt richtig lohnen. Würde sich anbieten, ne? Ja. Jetzt eh noch Tag. Oh nee, bei oben sind es dunkel. Ah, ich muss nochmal kurz schiffen gleich. Oh ne Pflanze. Nass und Fisch. Kriegen wir das Amulett jetzt hin oder nicht? Ne. Okay. Schneider, Schneider, Schneider. Einen Schneiderboden haben wir noch nicht, ne? Ja, immer noch nicht. Das ist es ja. Deswegen reiche ich ja so oft Papierfarmen heute. Und da hatten... Da muss man sagen, da hatten wir recht Pech. Also wir haben sehr oft, denke ich, gekriegt. Sehr oft Tränke, die keiner mehr will. So, ich bin ganz kurz auf dem Klo. Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So... Ich habe die Schneiderei übrigens gerade schnell umgelegt. Wie umgelegt? Aus der Schneiderei. Ja, weil das jetzt gerade hier so echt passend eingepasst hat mit dem Schneidertisch. Wo denn hier? Ans Ende von dem langen Dreiergang. Okay. Ähm, da... Du hast aber alles geguckt. Wir haben Papier nicht übersehen, ne? Achso, wir haben ja noch die Geomanten haben wir ja noch. Mach du am besten auch die Verfolgung an, dann komm mir nach. Ja! Ja! Höhle ist eh dunkel. Immer am Tag kämpfen. Wie schnell ist das Pferd, was du jetzt hast? 10,6. Ja, das schwarze Pferd müssen wir mal, ähm... Ja. Bei 20 verlieren haben wir noch eins oder so. So schlecht ist es doch nicht, oder? Das schwarze. Ja, das hat halt 10, ne? Ja, und? Wie viele Pferde habe ich mit 8 gesehen? Oder 9? Also... Ja, ja, okay, hast du auch wieder. Okay, komm, wir lassen das. Ich nehme mir einfach für das andere auch nochmal Wasser und dann passt das ja. Och, jo, komm. Genau. Und dem mit, wo ich wieder aufsteige, schießt er natürlich genau wieder einen Pfeil ab. Und natürlich wieder Brand. Ist doch klar. Das Dumme ist, die verbrennen ja selbst. In ihrem eigenen Brandding. Die sind ja noch so dumm, wie 5 Meter Feldweg sind die ja. Ja! Wenn mich das Eisen schon anlacht, dann bauen wir es auch ab. Die ist gerade draußen. Die ist gar nicht in der Höhle. Ach. Die hat nur wieder... Ja. Da ist es ein bisschen doof gemacht, dass du an dem vorbeireiten kannst. An diesem... Marker. Vincent der Frostbringer. Ja, den machen wir aber nicht nochmal, oder? Nee, aber der hat mich gerade angegriffen. Gerade auf dem Weg war, der Depp. Da steht jetzt genau beim Pferd. Wir müssen da runter, aber da kommt der jetzt, der Vincent. Wo müssen wir runter? Natur ist falsch. Lüge. Weiter nicht falsch. Da kommt der Vincent jetzt. Ja, jetzt pullst du ihn, aber... Und ich kann nicht aufs Pferd. Super gemacht. Oh, fuck. Sorry. Und hier rennt er wieder hinterher. Das war's. 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 Ja, sie ist jetzt resettet, kriegt wieder voller HP, das wollte ich nämlich nicht. Ja, sie ist resettet, voller HP, wir haben den Kommandanten an der Bugge. Das war's. Boah. Ich gehe raus, 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 ich gehe raus. Ich habe 0,8. Das geht doch. So Vorsicht, da ist eine dicke Wache. Ich will die nicht alle. Na toll. Freunde, da ist eine dicke Wache und dann stößt der Wein. Ich habe geklappt. Yo, ich gucke dir. Wenn du aussaugen willst. Der gibt ein unbeflecktes Herz. Okay. Gut, gehen wir da rein. Ich habe noch 4 Liter Blut. Das muss reichen. Weil das ist 39er Arbeitsblut. Das ist halt sehr gut. Vielleicht damit ein guter Neck. Och joo. Was ist er? Anhänger haben wir leider schon. Ah, gibt Stift rein. Die Toggle läuft hier lang. Aber wir gehen der schön hinterher. Ich weiß nicht, ob sie oben rum ist oder unten. Oben. Unten ist eine Sackkasse. Aber oben kann es ja auch nicht lang sein, weil die Leute stehen. Wieso full speedy? Aber ich schaffe es da 5 Meter ran. Ja, dann darf ich hier jetzt gleich aber definitiv Blut holen, weil jetzt bin ich gleich dauernd. Wenn ich mich jetzt nicht heile. Ja. Oh fuck, ich habe gar kein Blut mehr. Ja, ich sterbe jetzt. Ich habe gerade gut geheilt. Shit, shit, shit. Habe ich nicht nach Ratten oder sowas? Läuft übrigens gerade wieder zurück. Läuft gerade wieder zurück. Ja, ich, wie gesagt, ich habe kein Blut. Ich habe ein Habt. Ich brauche Blut. Das Problem ist, ich komme gerade nicht am Blut, weil hier wieder eine starke Einheit steht. Ja, ich kann rauskommen. Warte, aber ich muss warten, bis sie weg ist. Ich bin in den Lagerarmelst. So. Jetzt hat Kasse leer gemacht. Ja. Oh ja, ganz geil. Scheiße. Hat nicht ganz geklappt. Naja. Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, sie ist schon wieder da. Nein, nein, nein. Sollst du die Sense nehmen, du Vogel? Willst du dich da wieder benehmen? Erstmal muss ich hier gucken, muss ich ja überleben. Oh, oh, oh. Ich bin genau auf der Kreuzung. Ja, und genau da läuft jetzt gerade auch die... Das weiß ich. Deswegen bin ich hier im Zelt und warte bis nachts ist. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was ist passiert? Bis zum nächsten Mal. Es war es. Oh, short. und dann brauche ich noch einen, weil ich dann wieder kein blut habe ich kann nur welche ja hinter dir nein ja kann ich ja auch, du Penner ich muss mich halt auch wieder heilen und wieder in den nächsten Sau gehen oder hier patrouillieren halt viele an der Stelle naja, da in den Steinen ist immer ganz praktisch von ihm hast du dich schon gesagt? Ne, in den Sorgen Ja, wo freut er eigentlich? Ja, wobei Nein Jetzt will ich nicht gut Schriftrollen hier Nicht wirklich Ups Komm fährt, hau nicht ab Ich will gucken was du hast 8,2 So, auf jetzt rein wieder Warum nimmst du eigentlich nicht die Knochen da mit? Die was? Die Knochen, da lagen noch Knochen Ja, brauchen wir Der wird jetzt wieder wichtig Was meinst du, wie viele Knochen ich in meinem Leben schon eingesammt hab? Wenn ich mal 5 liegen lasse, geht die Welt nicht unter Da drinnen wir ja noch genügend Knochen kriegen Da liegen die nächsten Also Also ich hab 1044 Also geh du rechts rum Ich geh links rum Ich will zuerst abschreien Ja 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 Hier Hier Nee, halt Das ist der Miliz-Langebogen, sorry Ja Lanzenfaser in der Höhle Gemäßigt der Safi Hier ist ein bisschen was los Hier, bei mir Bei mir, bei mir Ja Ja Die geht grad runter zu dem anderen untoten Vogel da Na Kommt zu dir Nö Die ist hier jetzt ziemlich alleine Hier ist gerade auch alles tot Oh Gott Oh Gott sie ist bei mir, ja Sie kommt zu mir Und greift von der anderen Seite an Okay Ja wacht ich glaub hier grad noch Das bringt mir nix Ja ich komm Wo ist er denn? Bei mir hier Oh, wo ist er denn? Oh, wo ist er zu? Nein Alter Ist klar Mädchen Nein Wie ist er schon wieder auf mich? Ach Ist das ne doofe Thriller Ich kann nichts mehr aufheben Ja so gehts mir auch Ja wir müssten eigentlich nur die Sachen Er hat so französischer Akzent ne Blass die Schott 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 Oh Ja Den hab ich gebraucht Du musst dann im richtigen Moment blinken Wenn Ah ja Ne Keine Chance Ja und dann kriegst du gestunnt Dann kriegst du den nächsten Pfeil ab Was? Wo kommen die Wachen her jetzt? Ja die hat sie grad gespawnt Zweite Phase halt Warum bist du denn so früh live? Ich hab noch einen Trank gehabt Ne das schaffen wir nicht Die heilt die auch noch Ich bin weg Zieb Was manchmal noch zu schwach viel Ne Ne Doch Ich hab mal die Willen machen Ja Ja Ich fühle mich Die Wachen sind doch gar nicht das Problem Ne Überhaupt nichts Ich hab halt keine Tränke, weil die hier werden jetzt bei mir echt super gehen. Ja, jetzt rennt sie weg. Ja, dann ist sie jetzt wieder full life. Ja, nee. Dann hat sie es gar nicht gewohnt. Ja, ist schon wieder voll. Gut. Ich mein, immer da ist eh voll. Ich reiz zurück, mach mich mal leer. Ich hab sowohl Eisen mit dabei. Wir brauchen ein paar Tränke. Ja, Heiltränke, ne? Ja, aber auch andere Tränke. Die können wir ja alle herstellen mittlerweile. Ich war nur zu v, mich darum zu kümmern ein bisschen. Also Heiltränke bringt schon was, aber du hast ja auch noch Tränke, die mehr Schaden machen und so Quatsch. Ja. Bums, vieler, vieler, vieler. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir da unten, nach unten reiten. Weil? Ich muss nochmal pinkeln. Achso. Und dann, glaube ich, tue ich mir eben schnell einen Flammkuchen Elsasser Aat in den Ofen schieben. Ich hab fast Hunger. Wobei das China-Essen heute Mittag war echt lecker. Das hab ich noch so ein bisschen der Geschmack im Mund. Was gab's denn vom China-Essen? Ach, Standard. Also jetzt nix tolles. Du kriegst bei dem für sieben Euro kriegst du gebratenes Huhn mit Nudeln und Gemüse. Sieben Euro? Ja, aber das ist eine große Portion. Ja, aber das... Ja, nein. Ich sagte für sieben Euro, weil es billig ist. Naja. Dann kriegst du bei uns nichts. Echt jetzt? Ich fand das teuer. Das hat immer... Also als ich da angefangen hab zu arbeiten, hat es 5,50 gekostet. Und jetzt sind wir bei sieben Euro. Also gebratene Nudeln... Gebratene Nudeln... Äh, gebratene Nudeln mit Huhn dabei, ne? Ja, zahlst bei uns. 7,50 mindestens. Na krass. Gut, aber ich wohne in der kleinen Stadt. Also, ne? Das ist... Da kannst du nicht... Sehr gut. Ich wohne in der westlichsten Großstadt von Deutschland. Ja, okay. Jo, und... Und dann ist noch eine Frühlingsrolle mit dabei. Eine kleine. Was? Da müsstest du bei uns nochmal... Da müsstest du für die Frühlingsrolle, die noch dabei ist... Oder gibt's noch Soße, aber die will ich nicht. Jaja, aber wie gesagt, wenn du bei uns noch eine Frühlingsrolle dabei hast, bist du nochmal 3 Euro mehr los. Also, dann sind es aber 3 Frühlingsrollen. Ja, okay. Ja, aber... Aber für mich sonst, gebe ich die nicht dabei. Und wenn... Also das, was ich mir hole, wenn ich mir da was hole, ist... Äh, ne... Ähm... Eine Portion, ähm... Ente mit... Na. Ente mit gebratene Nudeln, da bist du bei 12,50. Ja, Ente, ja. Ente ist toll. Ja, aber nur eine Viertelente, ne? Also... Ach so. Ja gut. Ich wüsste mal gern, was die für eine große Ente haben, dass das bei denen nur eine Viertelente ist, aber... Steht ja... Ja, hör mal, das Ding ist manchmal... So. Ah, erstmal ungewohnt, dass man die Schneidersachen jetzt da hinten reinbringen muss. Okay, ich habe in jeden Ofen ein bisschen was reingelegt. Immer so 200er. Stack knapp. Ähm... Ach so. Ja, das schneide ich hier umgezogen. Ja, das war eh immer im Gang. Ein bisschen too much. Ja, also... Alles gut. So. Nein, jetzt habe ich doch noch was für die Schmelze. Oh. Scheiße. Und Leder habe ich auch noch. Boah. Ohne Scheiße wird der Scheiße, ja. Das ist halt ein bisschen ätzend, ne? Guckst, ja, hast nichts mehr, gehst weiter. Das ist... Also, ich habe schon überlegt, ob wir es vielleicht nicht so machen sollten, aber das ist auch doof. Äh, du hast ja bestimmt mal gesehen, wie, wie, ähm... Hannibal und ich Wahlheim haben gespielt, haben wir ein Lagerhaus gebaut. Und dann stehst du im Lagerhaus und machst alles, also... Du kannst hier kein extra Lagerhaus bauen, also ginge schon, indem du einfach... Ja, ein Lagerraum mit den Schränken... Und dann hast du halt alles immer in einem Punkt, aber da hast du halt immer alles in einem Punkt. Vielleicht ist das klüger, weil dann weißt du nur, wo du alles drehst, dich im Kreis packst, in die passenden Schränke, und wenn du was brauchst, rennst halt in den Lagerraum, holst du immer da raus. Ist nicht ganz so hübsch, in Anführungszeichen, wie wenn die passenden Ressourcen direkt da sind, wo du sie eigentlich brauchst. Aber ja. Aber du läufst halt nicht 10.000 Kilometer. Das ist es halt, ne? Das ist es halt, das ist es. Gut, in der Wolfsform geht's, aber... Kann ich hier noch was fragen? Den Anhänger haben wir schon, ne? Ja, haben wir schon. Dann rein damit hier. So. Die sechs Geiselstangen, die wir uns jetzt haben, die kommen auch hier rein, weil die stellt sich ja auch hier in der Schmiede her, ne? Würde ich jetzt mal fast behaupten. Was machst du da? Da kommen jetzt die ganzen Topaz, Smaragde, Staub. Das brauchen wir alles hier. Hast du das von oben weggenommen, oder? Doch nicht, aber gleich. Achso, okay. Da brauchen wir wirklich alles hier. Jaja. Glas übrigens auch. Das wird auch hier geschmolzen. Ja, haben wir aber auch da unten schon gelangt. Das weiß ich. Ne, aber auch die Glasflaschen. Achso. Los. Ja, die schmilzt ja auch da unten. Wenn wir, wenn dann mal... Okay, jetzt habe ich so viel Silber, dass das schon Probleme macht. Egal. Ja, aber guck mal, wenn du sagst, ne? Du hast jetzt so viel Silber, dass das jetzt schon Probleme macht. Wie viel hat sie denn? 50, 60? 96. Ja, aber wir brauchen 200, um alleine was beim... Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja... Ist ja, ne? Ja. So, also die... Die junge Dame da oben mit dem goldenen Bogen schaffen wir ja noch nicht so richtig. Ja, aber wir können doch irgendwo Tränke machen. Guck mal, guck mal, was wir... Ja, im Alchemie-Bereich unten. Guck mal, haben wir nicht schon einen zweiten Tisch? Ne, wir haben nur einen Alchemie-Tisch. Guck mal hier. So, das Gebräu, das 5,5% der maximale Gesundheit alle eine Sekunde für 10 Sekunden wiederherstellt. 60 Blutrose, eine mit wassergefüllte Flasche. Können wir doch machen. Ja, ne, eben nicht, weil wir die wassergefüllten Flaschen nicht haben. Natürlich, klar. Nein, wir haben nicht die wassergefüllten Flaschen. Wie oft denn noch? Glaubst du mir doch. Das können wir machen. Ich habe es doch schon gesehen. Ja, ja, dann zeig mal. Moment, so ist es gerade... Wir machen um VIP-Status, wa? Ich muss erstmal wieder alles hier wegklicken. Dass ich das sehe, so. Wasserversorgung, da haben wir es doch. Ja. Ach, wir bauen das. Ich dachte, wir bauen das und kriegen die dann. Ja, gut. Ja, dann müssen wir jetzt Papierfarben gehen, so blöd es jetzt klingt. Ach. Dann müssen wir nochmal ran, weil sonst kriegen wir ja echt nur die billigen Tränke, ja. Das ist ja kacke. Merkst du selber. Ja, gut, jetzt haben wir ja ein bisschen oben was gemacht. Jetzt kann man ja wieder unten was machen. Ja, was willst du von mir hören? VIP-Status für den Monat. Das bringt doch gar nichts hier. Ja, bringt ja auch nichts, weil ich jetzt oder so erstmal anderthalb bis zwei Wochen nicht den VIP-Status nutzen kann. So, was ich jetzt aber mache ist... Oh, ich bräuchte Blut. Wie viel habe ich noch? 2,5 Liter. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist okay. Ich gehe mir nicht jetzt mal irgendwie gesagt auf Türen, dann haue ich mir gleichzeitig noch den... Aha. Die guten Elsässer. Kommst du denn nicht aus der Ecke da oben, Elsass? Nee, ne? Nee, nee, nee. Das ist die falsche Richtung. Du bist nördlich, nicht südlich von mir. Nee, nee, nee. Ich... Elsass. Nein. Du kommst aus Nordrhein-Westfalen? Nein. Auch nicht? Aus Rheinland-Pfalz. Oh. Aus Rheinland-Pfalz? Aus der Pfalz. Aus der Pfalz. Aus der Pfalz. Auf Fälzerli. Gut, alles da. Ich bin eben, wie gesagt, kurz auf Klo und mache den Flammkuchen in den Backofen. Dann bin ich in drei Minuten oder so wieder da. Mhm. Sagt der Pfälzerli. Das ist sowas von falsch. Das wäre dann, wenn... Ich bin schweizerisch. Und mit Schweiz haben wir ja gar nichts an dem Hut. So. So. Der Fisch rein. So. Da sind wir leer. Wir brauchen Papier. Das ist halt echt fies, wenn du den Brunnen nicht hast. Und wir haben den Brunnen halt nie bekommen. Das ist halt das Ding, ne? Du kannst halt Glück haben und kriegst ihn direkt oder so. Äh. So wie ich es bei meinem Singleplayer-Spielchen hatte. Da habe ich ihn recht früh gekriegt und habe ihn gar nicht gebaut bisher. Weil ich mir gedacht habe, whatever, ja. Wie ist das? Ah, ich gucke noch hier unten. Ich spiele irgendeinen Baum gerade. Jo, komm. Also. Ähm. Hier gibt es auch Papier, ne? Ja, dann gehen wir da mal rein. Ja. 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 Oh mein Gott. 15% sind 15%! Ja, kriegen wir nicht. Aber mit der Bärform soll es ja gehen. Ansonsten sagt der Sprengstoff benötigt. Äh. Mal schnell da oben, weil da oben ist kein Schatten. Oder schlecht schatten. Keine Kiste. Schade. Ja. 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 Allpapier. 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 Überreger. Schlaft gut. Wir müssen den nächsten Mal. So, das war jetzt viel. Ich würde, wenn ich 50 Papier hätte, glaube ich auch direkt zurückrennen. Ich glaube, es sind eh nur noch drei Sachen oder vier. Also, du hast die Chance 4 zu 1, dass wir es kriegen. Ein verrosteter Helm. Okay. Cool. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Hier. 50 Papier zu farmen. Der kann auch das immer mit seinem Schild machen. Das ist so nervig. Wenig Kisten hier bisher. Hier war schon mal mehr an der Stelle. Es ist zu wenig. Es müsste mehr. Ja. Oh, Moment. hier war es drin. Hier war es drin. Das ist so nervig. schon übriges Papier. Vor allem die Kisten. Und auch mal mehr. Und auch mal mehr. Ah, jetzt noch 100. Aber trotzdem, sehr mau. 11 Papier. Und schon fast wieder voll, ne? Naja, mit Krusch. Aber Morito hatte ja auch schon Glück. Also kann man das hier jetzt nicht schlecht reden. Das lief halt jetzt einfach nur grad nicht gut. Kommt drauf. So viel Krusch mittlerweile. Kein Mensch braucht noch. Also ein bisschen was. Ja. 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 Ich hätte mir, äh, ich glaube ich würde mir mehr Monster als Gegner wünschen. Ja. Ja. Wenn ich so recht überlege. Sind doch alle sehr, sehr menschlich. Vielleicht kommt das noch. Ja. bisschen Faden drin. Ja. 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 Oh, hast du schon überall weggefarmt? Nur da, wo du den Bär aufsprengen musst, da war ich. Aber da war nicht viel Papier, 11 Stück habe ich gekriegt. Das ist quasi nichts. Das kriegen wir alles da. Die Raten gehören ja eigentlich auch in den Alchemie-Bereich. Alles gehört hier in den Alchemie-Bereich. Die Pflanzen gehören auch in den Alchemie-Bereich. Da muss man den Alchemie-Bereich aber nochmal größer bauen. Auch da brauchen wir ja nur zwei Schränke rein oder so. Die kriegen wir gleich noch hin. Das ist doch mal Zeit für die mittlere Lotterie. Warte. Was? Ich will mit dabei sein. Ja, die Hose! Echt? Oh ja. Sehr schön. Ich gehe da mal gucken, was es braucht. Ich habe schon nicht mehr mit gerechnet, oder? Ey, Wahnsinn, wa? Die Hose. Das ist natürlich ein Glücksfall. Oh, wir haben nochmal 50 Papier. Kleine Lotterie. Eisenbarren. Kleine Lotterie. Trommelwirbel. Trommel. 1 zu 5. Ach, come on. Der letzte Trank. Oh, Gott. Der kein Eisen mehr? Hä? Ja, wir schmelzen noch gerade, oder nicht? Ja, aber hatten wir davor kein Eisen mehr? Nö, deswegen habe ich doch gesagt, wir müssen hochfarmen. Ich habe es nicht ausgegeben. Du hast abgegradet und gebaut mit. Die Waffen unserer. Ja, ja. Ich habe nichts gemacht. Und jetzt schmelzen die halt wieder. Du hast wahrscheinlich auch was reingepackt, ne? Genau. Ja, ja. So, ja, ich habe... Du musst jetzt zwölf Eisen rausnehmen. Und dann? Einfach nur als Upgraden gehen, oder was? Ja. Du hast Eisen und die Hose. Mehr brauchst du nicht. Okay. Okay. Warum ist denn der verrostete Helm hier unten drin? Habe ich ihn da reingelegt? Den habe ich gefunden gerade. Vielleicht können wir dem einen geben. Einen uns erwarten oder so. Also, einen. Ne, ne, die können das ja nicht tragen. Ach, die können keine Helme tragen. Ne, ne. Okay. Leider nicht. Leider nicht. So, wer Soha sagt, hat noch nichts geschafft. Äh, schmeißen wir den Helmer hier hin, der despawnt ja. Ne, aufheben, aufheben. Wofür? Mach gar nicht irgendwo rein in die Kiste, wo unsere Waffen sind. Und, und die alten Rüstungsteile. Vielleicht ziehe ich dann später mal. Ähm, naja, hier jetzt. Gnadenlose Holzzahn-Leggings. Die kein Hol... Ne, Holzahn. Vergiss es. Okay, war wieder ein bisschen mehr Rüstung. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. 55 kommen wir jetzt, ne? Ja, mit einer Upgraden Buffer, ja. Würde sogar den Speer upgraden, aber den Speer haben wir nicht. Na, was habe ich dann noch? Ah, Moment. Oh, das riecht schon sehr verdächtig nach Leckeressen. Ich brauche mal eine Ratte, ich habe kaum noch Blut. Ah, da unten ist doch direkt ein Camp. Ja, aber eine Ratte ist doch kein Untergang. Äh, Ratten. Aber dafür bin ich ein zu edeler Vampir. Blut ist Blut. Na, 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 na. Na, na. So, ich will mal eben kurz meinen Dings holen. Mein Essen, oder? Warte mal. Nee, vier Minuten noch. Der Autopie ist nur schon so gut. Besser gar, ne? Ne, Moment, Bilderrahmen hatten wir hier oben noch. Oh, ich habe mein Pferd, da habe ich das Pferd hingeschmissen. Hat die Hose auch noch andere Werte gegeben? Ah, noch mehr Gesundheit. Was? Ich dachte, aber hat die Hose noch mehr gemacht? Ja, die hat noch Gesundheit gemacht. Wie, hier ist er jetzt schon wieder weg? Ja, ist unter der Woche. Sondern mal. Normalerweise ist es thymisch ja auch nicht so lange, aber dass wir hier ein bisschen vorankommen und du bist hier eh bald weg, habe ich jetzt ein bisschen leer gemacht die Tage. Ach, ich Vogel. Ich wollte schon längst rüber kopieren. Das kann sein, dass es jetzt kurz bückelt. Geht nicht anders. Äh, ob das brauche... Ach, come on. Das ist doch jetzt dumm. Wenn ein... Platz machen auf der Platte. Alles voll mit V-Rising aufmachen. Hallo? Wollt ihr mich jetzt trollen, oder was? Ach ja. So. So, ich komme wieder rein. Die Frage, ob da wieder was Neues wächst. Das war's. Ich komme wieder rein. Ich komme wieder rein. Die Frage, ob mir das vorgelegt. Ich komme wieder rein. Ja! ja Ich werde einfach überlegen, es war eine Chance 1 zu 5, dass wir den Brunnen kriegen. Eins zu, motherfucking 5. So, da bin ich wieder. Ach, keine Schleifsteine, Papier. Ja, drei Papier. Ja. Ja. Na gut, die Kisten nur durchs Zelt tue ich. Komm mal hier, hallo Freunde. Ähm. Nochmal Papier. Da habe ich mir überlegt, ich war jetzt relativ kurz hier ab elf Papier. Ich war in dem oberen Bereich hier viel mehr gekillt, viel länger aufgehalten. Elf Papier. Da steckst du halt nicht drin. Ja. Manchmal läuft es, manchmal läuft es halt nicht. Also am nächsten Mal ist die Chance 1 zu 4. Jetzt war sie 1 zu 5, dass wir den Brunnen kriegen, jetzt war sie 1 zu 4. Ich habe die, beziehungsweise ich habe nicht. Ich tue jetzt mal die Blumen, beziehungsweise die Ratten auch in den Alchemieraum runter. Mach Blumen, Ratten, Wasser glaube ich auch. Ja, eigentlich auch die leeren Flaschen, oder? Eigentlich auch die, ja. Nur das Glas nicht, das lassen wir mal im Schmelzofen. Und ich arbeite weiter am Brunnen. Ja, der Bilderrahmen kommt übrigens, wenn du davon nochmal was finden solltest. Ja. Unten bei der Holzbox rein, wo die Bretter und so sind. Okay. Das geschnitzt solltest du auch. Alles klar. Ja. Knochen. Knochen und Grabstoff brauchten wir glaube ich auch in der Alchemie. Nee, werde ich jetzt nicht mehr sagen. Okay, jetzt muss ich hier ganz kurz raus, dass ich nicht angegriffen werde. Als ich sterbe werde ich fluchen. Ruckel kurz. Es ist doch kein Kanal gewechselt, wenn ich auf dem selben Kanal klick Youtube. Also manchmal. 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 Äh. Weiß du selbst nicht was. So. Hochladen. Müsste Nummer 9 sein. Ein paar Ratten dürfen wir jetzt nicht mehr in die Bugpresse stecken, ne? Mach ich sowieso nie. Dann machen wir ja Tränke mit. Ähm. Wir machen hier. Warte. Was machen wir hier? V-Rising. Okay. Genau. Und. 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 So. Klar, weil wir immer besser werden von der Ausrüstung. Also hier, wo ich jetzt bin, habe ich immer noch am meisten Papier bekommen, habe ich das Gefühl. Hier ist halt ein normaler Brunnen, aber den können wir nicht benutzen. Naja, habe ich halt auch schon überlegt. Oder am Fluss irgendwie. Ich meine, da haben wir jetzt halt echt Pech, dass wir den Brunnen halt einfach noch nicht haben. Ja. Den beworben wir halt auch als Nett. Ich prophezei es nicht, aber wenn ich ehrlich bin, ich rechne fest damit. Ja, Berlin ist bis jetzt zu gut. Ich meine, wir haben auch schon andere schöne Dinge vorher gekriegt. Ich meine, wir haben jetzt bei dem anderen die Hose gekriegt. Ich meine, so ist es nicht, aber es bringt ja nichts, wenn du keine Tränke machen kannst. Ja. Der nächste Mond ist ein Blutmond. Dann kannst du auch nochmal mit raus. Wobei es muss dann wieder gespawnt sein. Ist noch eine Radde. Hä? Ist da bugt? Ja, darf ich dich nehmen. Na gut. 26 Papier. Ja. Ist da immer noch zu wenig. Aber im Überblick beim einen habe ich 11 gemacht. Die habe ich 15 gemacht. Oben müsste wieder gespawnt sein dann. In der nächsten Mondnacht. Da kannst du hoch, wenn du willst. Wo du beim Bär aufmachen musst. Ja. 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 Ich glaube ich mache mir auch gleich noch ein Brot. Das ist klassisch. Ja. Ja. Sooo, meine Buben und Mädel. Ja, wir fangen mal was da an. Oh, ich hab noch... Oh, die gnadenlose Nachtschrat-Handschuhe. Da sind wir schon lange dran vorbei. Aber das auch noch mal zehn Papier. Wo hab ich jetzt das hier? Ich hab einmal Silber-Widerstandsgebräu. Das musst du wahrscheinlich nehmen, wenn du dir Silber trägst. Oh. Schriftrollen, da hab ich auch noch welche. Wunderfein. Hm? Oh. Um. Grathe. Wurrrader. Das war's. Das war's. Das war wirklich ein Schleifsteinhandel, wenn's so weitergeht. Das war's. 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 So. Oh. Das war's. 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 Profis. Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 sortieren. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Und was. Das war's. 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 So. Das war's. 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 What's. das war's. 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 down. Das war's. 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 So. Das war's. Yeah. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Yeah. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.